Willkommen zu Rego Star Wars 3 mit Globos. Jetzt sollen wir wieder live bei einem richtigen Band, den ich auch heute aufgezeichnet hab. Jetzt haben wir den letzten Charakter, das ist Bale. Ich hoffe, dass seine Organe fit sind. Mission 7, Ayla Sekura. Jetzt haben wir wieder Meerschneider und auch wieder unsere Leben, weil ich bin jetzt wieder auf meinem alten. Jetzt spielen wir wieder ganz normal weiter. So, und wir haben nur eine Minute? Ey, Alter, und hier gibt es nur tausend Blendeplätze. Alter. Aber ich weiß, wo das bestimmt ist. Bestimmt unter diesen Dingen, die wir jetzt nicht aufgemacht haben, wo wir nicht reinkommen. Nee, oder? Geh doch auf. Ich komm da nicht hin. Du musst doch immer nicht hin, denn dann tut das halt auch mal aus. Und dann mal warten, bis das endlich mal hingefrichtet. Und dann lass ganz schnell landen. Das werfen wir da auch. Dann haben wir da mit dem Klo. Das ist richtig lustig hier auch, damit so die Paketenwerfer in die Dinger kapitschieren, die da unten grad auf dem Klo sitzen. Weil Chromie, die müssen hier auf dem Klo sitzen. Und ich beende auch meine Sprechstunde wieder. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. ich auch Bis zum nächsten Mal.